Astrid, das ist es. Das ist das Wendy Graffiti. Wir können ein Wohnzimmerkonzert gewinnen mit den Jungs in Chorthosen. Wir brauchen aber ein Selfie. Selfie ist sowas von 2016. Wir fragen mal, können Sie ein Foto von uns machen? Ja, ja. Peter, ach super. Und schau einmal freundlich, ja? So, einmal bitte tschüss. Super, danke schön. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Du, der eine, ne, sah dem total ähnlich. Aber wie war es denn? Guck mal, ist das schön. Oh, ist das geil. Wir kriegen es. Wir kriegen es. Jetzt würdest du ja irgendwann rausgehen, oder?